So, wir sind zurück. Los geht's. Wir sind bei Sequenz 3, Erinnerung 2. Parcours. Runter. Juuuudel. Gut, getroffen. So, dann gehen wir wieder hoch. Oh, schon mal. Das ist echt gut. Gehst du hoch, Arno? Nein, nicht. Geh mir da nicht. Spielen, logisch. Ja, hm. Mal schauen, ob es uns das hinführt. Unser Plan? Unser Plan? Du bist nicht mehr mein Schüler, Bursche. Studiere deine Umgebung und entscheide selbst. Ich halte dir nicht das Händchen. Kein Ziel ist unerreichbar. Aus dem Weg. Weg! Wo zum Teufel ist Duchenneur? Wenn du keinen Schwachpunkt ausmachen kannst, erschaffe einen. Ist die Kathedrale gesichert? Oui, Monsieur. Gut. Sag sie dir, ich warte drinnen auf ihn. Überall Gelegenheiten. Du musst sie ergreifen. Ihr! Kommt mit den Schlüsseln zurück! Diebe! Hm, das war der Glück von Notre Dame. Wenn alle streng erbeißen. Warum opferst du dich nicht für die Sache, dein Leben für seins, bis zu alter ihr? War das der levantinische Weg? Du meinst mit deinem Dolch am helllichten Tag, weil ich ohnehin dabei sterben werde? Das wäre eine starke Botschaft. Ich mache es auf meine Art. Tu, was du willst. Assassiner. Die Papel will sagen, let's fetz. Sie wie eliminieren. Zugänge 10. Einmalige Attacke. Leihattentate. Eine. Keine Zugänge. Alarmklöck 3. Okay, annehmen. Let's fetz. Die Schütze. Da drin ist er. Du hast den Gesichtsausdruck von den fetten Pfaffen gesehen? Unbezahlbar. Er war rot wie eine Tomate. Ich dachte schon, er wird ohnmächtig. Was haben wir hier? Einen Ministranten oder nur einen gewöhnlichen Weg? Schnapp sie! Was ist los? Deine Schnauze am Schüssel. So. Die Hütten immer. Dann dürfen wir mal plündern. Wir gucken, wie wir jetzt reinkommen. Es ist ja mieux. Du solltest, wenn man lasse diese Tache so facilement. So, jetzt haben wir einen Notre-Dame-Schüssel. Wir kommen jetzt wahrscheinlich von da rein. Das dürfte gerade easy werden. Komm her, du feiger Bastard! Los! Geist du los! Wenn du nicht rauskommst! Geist du los! Na es sind le indirectly! He 서ck, wenn du nicht rauskommst! Ich Strafe einmal. Oh neee, natürlich gut, irgendwie war das dann doch nicht so ganz der Weg, den ich gehen wollte. Samt Grafikfehler. Probieren wir es nochmal auf Neues. Hm, sie auch. Oh Gott. Ja, ja. Und wie haben wir denn diese lange Wartezeiten? Huuuushhhh. Citi Café. Könnte sie sich mal fallen lassen, Herr Dorian. Echtlich. So, jetzt gehen wir ein bisschen mächtiger. Ist die Kathedrale gesichert? Ja, Monsieur de Cheneau. Hier ist der einzige Ausgang und wir haben die Wachen bestochen. Gut, jetzt der Armino und du bist, will ich dein Risiko einleeren. Wenn Monsieur Siverton trifft, sag ihm, dass ich die Details mit dem Pister bespreche. Ich treffe... So, das war glaube ich nicht ganz gut. Das gibt's die nächste D-Sign-Mondation. Das war auch nicht der richtige Weg So, jetzt gehen wir mit etwas mehr Bedacht vor 2 mal Verdecken ist nicht gut Ich muss ja irgendwie einen Weg geben, rein So, schwer für eine Rauchbombe Aber wir müssen wieder aufsladen, weil jetzt gehts Immer schön nach unten, nach unten, nach unten So, ich kleder mal einen Raum, darum habe ich noch was schönes gefunden Wie machst du? Mehr als daneben gehen kannst du auch Ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts Sooo, komm Geht was da geht was da geht So, wo ist denn jetzt? Jetzt finden wir nicht mehr Ah da ist es Da ist ein Eingang, das zieht du schon mal Brudas Sprech mir Ja Haa, hier hängt gerade Sehr gut Dann sind wir drin Ohne Aufregung Ich steh mich nicht mehr Nach unten Darf ich gehen wir nochmal nach unten Oh Gott, mir wird schlecht Oyeh Am Ende 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 Am Ende